jo leute herzlich willkommen zu einem ja spannenden video heute bin ich mal in einer großküche unterwegs und ja ich finde küche also ich bin ich will ja selber mal koch werden deswegen übe ich das heute mal in der großküche und was heute anliegt ist steak mit pommes also hier dafür brauche ich steck hat aber rosmarin salz pfeffer okay steak habe ich wo keine ahnung kühlschrank steak burger fleisch händchen schenkel steak da ist es also steak genau steak anbraten kartoffeln stimmt ja steak könnte schon anbraten ich glaube ich brauche einen teller teller für steak nachher drauf tun so ich glaube das ding jetzt frittier ich einfach hat das oder ne fahne ich brauche eine fahne haben wir eine fahne hier kann ja auch sonst frittieren oder kann das utensilien da kann ne backblech da grill fange scheiße 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 ich trottel ey bin so ein das ist das falsche gold egal ja ein großer spieß ne hier ist doch eine fahne ey so Öl Olivenöl das ist ja perfekt nicht so viel Scheiße Ja, okay Okay Oh Jetzt kaputt Egal Scheiße Was für ein Koch, ey Egal, da rein und anbraten Das wird 100% gar nichts Ich schwöre es euch, wirklich Ich schwöre es euch Es wird nichts Aber egal Dafür bin ich ja da Ich teste es für euch Ja Funwender Digga, aber ob ich das denn jetzt Hier hängen, ne? Irgendwo Hier hängt nichts, da hängt auch nichts Ach, hier ist unsere Pfanne übrigens Cool Funwender Ich habe kein Funwender Ich habe kein Funwender Da, Spatel Geht doch Scheiße Ohne Dritte So Digger in die Pfanne so jetzt noch mal so weg wenden einmal das ist schon richtig heiß ganz schnell ich würde sagen schon durch oder guck mal leute durch jane ein bisschen eingebrannt aus die fahne kann erst mal dahin tschüss ja öl brennt lächern ist mir egal so was habe ich jetzt steak habe ich schon eingebraten der zeller ist mega heiß pommes also steak mit pommes kartoffeln dem steak 200 ok würzen mit salz 4 gramm salz salz habe ich da perfekt minimal flohren so kartoffeln ich brauche kartoffeln 1 wir brauchen 4 oder 2 kartoffeln ja weiß was ich kaufe einfach pommes er ganz im ernst egal weil also ganz ehrlich ja pommes ist jetzt auch nicht also weiß nicht aber naja egal so wo ist denn pommes haben wir überhaupt pommes dann muss ich diese ich musste selber machen ok ja wie mache ich das warte mal penne nudeln pommes brauche ich holig ok garnelen auch lecker das kochbuch nein ich will nix boah es geht nur so auf den sack ne also wirklich frittierkorb ne brauche ich auch nicht backblech ne ich will einfach haben wir keine pommes oder wat man scheiß dingen ey boah juck mir nicht ist mir egal äh ja wie ich was ist das hier hinten ok ich habe einen zerkleinere gefunden das heißt ich ach ne ich kann ja auch schneiden ich kann ja auch schneiden alter also ganz kleine pommes streifen 1 2 schneiden bisschen ungerade aber nicht schlimm und ganz ehrlich wen juckt also wirklich jetzt eine kartoffel die kann ich schon mal gleich noch eine kartoffel schneiden schnell ja es wird ein bisschen sehr dicke pommes aber juckt mir nicht so die kartoffeln warum ist das warum qualmt der teller eigentlich noch ey pfanne brauche ich äh da unten drauf stellen ach bin ich dumm ne pfanne junge ich bin echt pommes frittiert man hallo also äh zack die kartoffeln können frittiert werden wenn ich jetzt ausrutsche ich kein bock drauf ok nein da rein ja da rein so zack das brett kann wieder weg tschüss wie krieg ich jetzt diese kartoffel da raus ok einfach cool so kartoffeln sind gleich fertig ok aus raus nein korb raus wo ist der teller da da oh ne da oh ne oh ne ich kritis wieso geht das denn nicht jetzt hier ja doch geht ja halbwegs korb wieder da rein und machen ah ne ausmachen öl ablassen tschüss so steak ist gebraten kartoffeln sind gewöhnt also frittiert genau rosmarin brauche ich tue zu schnittlauch koriander frisch dill ne wo ist denn äh rosmarin dingens eins und zwei ja ich habe es doch kapiert jetzt ey steak rosmarin zweig 5 gramm habe ich die kartoffeln gewürzt ne ne ich bin ok äh salz ganz schnell nochmal eben so ich würde sagen also mein gericht würde ich sagen ist fertig oder also könnte es noch ein bisschen schöner sein also aber sonst ist das ganz cool gut geworden ich muss unbedingt nochmal feuerlöscher kaufen falls meine küche abfackelt wo ist das unterscheiden grill in den hocker gasflasche wow die jetzt anzünden was passiert dann ich weiß es was dann passiert weiß ich aber mal also so was habe ich jetzt alles steak mit pommes und genau stechen salz pfeffer scheiße ich brauche pfeffer noch pfeffer schwarzer pfeffer ja ich bin so unterplant hier irgendwie zack 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 so jetzt würde ich sagen ist das fertig das warte mal stell mal hin kartoffeln ja ok das steak ja ich würde sagen das kann ich so rausgeben wenn es scheiße wird dann ist es halt so aber ich hoffe es ist gut geworden ich hoffe es wirklich ok ok das ist schon mal scheiße geschmack 3 von 5 ja gut Leute ja damit würde ich sagen war es das mit dem heutigen video wenn euch das erste video von meinem kochstudio gefallen hat lasst euch gerne ein like da ein abo ein kommentar und dann bis morgen zum nächsten video vom kochen hier haut rein ciao